Als der Baron am nächsten Morgen in die Halle trat, sah er dort das Kind, der schönen Unbekannten, in eifrigem Gespräch mit den beiden Liftboys, die dann das Bilder in einem Buch von Karl Mai zeigte. Seine Mama war nicht zugegen, offenbar noch mit der Toilette beschäftigt. Jetzt erst besah sich der Baron im Buben. Es war ein scheuer, unentwickelter, nervöser Junge von etwa zwölf Jahren, mit fahrigen Bewegungen und dunkel herumjagenden Augen. Er machte, wie Kinder in diesen Jahren so oft, den Eindruck von Verschrecktheit, gleichsam, als ob er eben aus dem Schlaf gerissen und plötzlich in fremde Umgebung gestellt sei. Sein Gesicht war nicht unhübsch, aber noch ganz unentschieden. Der Kampf des Männlichen mit dem Kindlichen schien eben erst einsetzen zu wollen. Noch war alles darin nur wie geknetet und noch nicht geformt. Nichts in reinen Linien ausgesprochen, nur blass und unruhig gemengt. Überdies war er gerade in jenem unvorteilhaften Alter, wo Kinder nie in ihre Kleider passen, Ärmel und Hosen schlaff um die mageren Gelenke schlottern und noch keine innere Eitelkeit sie mahnt, auf ihr Äußeres zu wachen. Der Knabe machte hier, unschlüssig herumirrend, einen ziemlich kläglichen Eindruck. Eigentlich stand er allen im Wege. Bald schob ihn der Portier beiseite, den er mit aller Handfragen zu belästigen schien. Bald störte er am Eingang. Offenbar fehlte es ihm an freundschaftlichem Umgang. So suchte er in seinem kindlichen Schwarzbedürfnis, sich an die Bediensten des Hotels heranzumachen, die ihm, wenn sie gerade Zeit hatten, antworteten, das Gespräch aber sofort unterbrachen, wenn ein Erwachsener in Sicht kam oder etwas Vernünftiges getan werden musste. Der Baron sah lächelnd und mit Interesse dem unglücklichen Buben zu, der auf alles mit Neu geschaute und dem alles unfreundlich entwich. Einmal fasste er einen dieser neugierigen Blicke fest an, aber die schwarzen Augen krochen sofort ängstlich in sich hinein, sobald er sie auf der Suche ertappte und duckten sich hinter gesenkten Lidern. Das amüsierte den Baron. Der Bub begann ihn zu interessieren und er fragte sich, ob ihm dieses Kind, das offenbar nur aus Furcht so scheu war, nicht als raschester Vermittler einer Annäherung dienen könnte. Immerhin, er wollte es versuchen. Unauffällig folgte er dem Buben, der eben wieder zur Tür hinaus pendelte und in seinem kindischen Zärtlichkeitsbedürfnis die rosa Nüstern eines Schimmels liebkoste, bis ihn, er hatte wirklich kein Glück, auch hier der Kutscher ziemlich barsch wegwies. Gekränkt und gelangweilt stand er jetzt wieder herum mit seinem leeren und ein wenig traurigen Blick. Da sprach ihn der Baron an. Na, junger Mann, wie gefällst dir da? Setzt er plötzlich ein, bemüht, die Ansprache möglichst jovial zu halten. Das Kind wurde feuerrot und starrte ängstlich auf. Er zog die Hand irgendwie in Furcht an sich und wandte sich hin und her vor Verlegenheit. Das geschah ihm zum ersten Mal, dass ein fremder Herr mit ihm ein Gespräch begann. »Ich danke, gut«, konnte er gerade noch herausstammeln. Das letzte Wort war schon mehr gewürgt als gesprochen. »Das wundert mich«, sagte der Baron lachend. »Es ist doch eigentlich ein fader Ort, besonders für einen jungen Mann, wie du einer bist. Was treibst du denn den ganzen Tag?« Der Bub war noch immer zu sehr verwirrt, um rasch zu antworten. »War es wirklich möglich, dass dieser fremde, elegante Herr mit ihm, um den sich sonst keiner kümmerte, ein Gespräch suchte?« Der Gedanke machte ihn scheu und stolz zugleich. Mühsem raffte er sich zusammen. »Ich lese, und dann, wir gehen viel spazieren. Manchmal fahren wir auch im Wagen, die Mama und ich. Ich soll mich hier erholen. Ich war krank. Ich muss darum auch viel in der Sonne sitzen,« hat der Arzt gesagt. Die letzten Worte sagt er schon ziemlich sicher. »Kinder sind immer stolz auf eine Krankheit, weil sie wissen, dass Gefahr sie ihren Angehörigen doppelt wichtig macht.« »Ja, die Sonne ist schon gut für junge Herren, wie du einer bist. Es wird dich schon braun brennen. Aber du solltest doch nicht den ganzen Tag da sitzen. Ein Wurscht wie du sollte rumlaufen, übermütig sein und auch ein bisschen Unfug anstellen. Mir scheint, du bist zu brav. Du siehst auch so aus wie ein Stubenhocker mit deinem großen, dicken Buch unterm Arm. Wenn ich denke, was ich in deinem Alter für ein Geigenstrick war, jeden Abend bin ich mit zerrissenen Hosen nach Hause gekommen. Nur nicht zu brav sein.« Unwillkürlich musste das Kind lächeln, und das nahm ihm die Angst. Er hatte gern etwas erwidert, aber all dies schien ihm zu frech, zu selbstbewusst vor diesem lieben fremden Herrn, der so freundlich mit ihm sprach. Vorlaut war er nie gewesen und immer leicht verlegen, und so kam er jetzt vor Glück und Scham in die ärgste Verwirrung. Er hätte so gern das Gespräch fortgesetzt, aber es fiel ihm nichts ein. Glücklicherweise kam gerade der große, gelbe Bernardine des Hotels vorbei, schnüffelte sie beide an und ließ sich willig lieb Hosen. »Hast du Hunde gern?«, fragte der Baron. »Oh, sehr! Meine Großmama hat einen in ihrer Villa in Baden, und wenn wir dort wohnen, ist er immer den ganzen Tag mit mir. Das ist aber nur im Sommer, wenn wir dort zu Besuch sind.« »Wir haben zu Hause auf unserem Gut, ich glaube, zwei Dutzend. Wenn du hier brav bist, kriegst du einen von mir geschenkt. Einen braunen mit weißen Ohren. Einen ganz jungen. Willst du?« Das Kind errötete vor Vergnügen. »Oh ja!« Es fuhr ihm so heraus, heiß und gierig. Aber gleich hinterher stolperte, ängstlich und wie erschrocken das Bedenken. »Aber Mama wird es nicht erlauben. Sie sagt, sie duldet keinen Hund zu Hause. Sie machen zu viel Schererei.« Der Baron lächelte. Endlich hielt das Gespräch bei der Mama. »Ist die Mama so streng?« Das Kind überlegte, blickte eine Sekunde zu ihm auf, gleichsam fragend, ob man diesem fremden Herrn schon vertrauen dürfe. Die Antwort blieb vorsichtig. »Nein, streng ist die Mama nicht. Jetzt, weil ich krank war, erlaubt sie mir alles. Vielleicht erlaubt sie mir sogar einen Hund.« »Soll ich Sie darum bitten?« »Ja, bitte tun Sie das,« jubelte der Bub. »Dann wird es die Mama sicher erlauben. Und wie sieht er aus? Weiße Ohren hat er, nicht wahr? Kann er apportieren?« »Ja, er kann alles.« Der Baron musste lächeln über die heißen Funken, die er so rasch aus den Augen des Kindes geschlagen hatte. Mit einem Male war die anfängliche Befangenheit, gebrochen, und die von der Angst zurückgehaltene Leidenschaftlichkeit sprudelte er über. In blitzschneller Verwandlung war das scheue, verängstigte Kind von früher ein ausgelassener Bub. »Wenn nur die Mutter auch so wäre,« dachte unwillkürlich der Baron, »so heiß hinter ihrer Angst.« Aber schon sprang der Bub mit zwanzig Fragen an ihm hinauf. »Wie heißt der Hund?« »Karo!« »Karo!« jubelte das Kind. Es musste irgendwie lachen und jubeln über jedes Wort, ganz trunken von dem unerwarteten Geschehen, das sich jemand seiner in Freundlichkeit angenommen hatte. Der Baron staunte selbst über seinen raschen Erfolg und beschloss, das heiße Eisen zu schmieden. Er lud den Knaben ein, mit ihm ein wenig spazieren zu gehen, und der arme Bub, seit Wochen ausgehungert nach einem geselligen Besammensein, war von diesem Vorschlag entzückt. Unbedacht plauderte er alles aus, was ihm sein neuer Freund mit kleinen, wie zufälligen Fragen entlocken wollte. Bald wusste der Baron alles über die Familie, vor allem, dass Edgar der einzige Sohn eines Wiener Advokaten sei, offenbar aus der vermögenden jüdischen Bourgeoisie. Und durch geschickte Umfragen erkundete er rasch, dass die Mutter sich über den Aufenthalt um Sammering durchaus nicht entzückt geäußert und den Mangel an sympathischer Gesellschaft beklagt habe. Er glaubte sogar, aus der ausweichenden Art, mit der Edgar die Frage beantwortete, ob die Mama den Papa sehr gern habe, entnehmen zu können, dass hier nicht alles zum Besten stünde. Beinahe schämte er sich, wie leicht es ihm wurde, dem arglosen Buben all diese kleinen Familiengeheimnisse zu entlocken. Denn Edgar, ganz stolz, dass irgendetwas von dem, was er zu erzählen hatte, einen Erwachsenen interessieren konnte, drängte sein Vertrauen dem neuen Freunde geradezu auf. Sein kindisches Herz klopfte vor Stolz. Der Baron hatte im Spazierengehen ihm seinen Arm um die Schulter gelegt, in solcher Intimität öffentlich mit einem Erwachsenen gesehen zu werden. Und allmählich vergaß er seine eigene Kindheit, schnatterte er frei und ungezwungen, wie zu einem Gleichaltrigen. Edgar war, wie sein Gespräch zeigte, sehr klug, etwas frühreif wie die meisten kränklichen Kinder, die viel mit Erwachsenen beisammen waren, und von einer merkwürdig überreizten Leidenschaft, der Zuneigung oder Feindlichkeit. Zu nichts schien er ein ruhiges Verhältnis zu haben, von jedem Menschen oder Ding sprach er entweder in Verzückung oder mit einem Hasse, der so heftig war, dass er sein Gesicht unangenehm verzerrte und es fast bösartig und hässlich machte. Etwas Wildes und Sprunghaftes, vielleicht noch bedingt durch die kürzlich überstandene Krankheit, gab seinen Reden fanatisches Feuer, und es schien, dass sein linkisches Sein nur mühsam unterdrückte Angst vor der eigenen Leidenschaft war. Der Baron gewann mit Leichtigkeit sein Vertrauen, eine halbe Stunde bloß, und er hatte dieses heiße und unrückzuckende Herz in der Hand. Es ist er so unsäglich leicht, Kinder zu betrügen, diese Arglosen, um deren Liebe so selten geworben wird. Er brauchte sich selbst nur in die Vergangenheit zu vergessen, und so natürlich, so ungezwungen wurde ihm, das kindliche Gespräch, das auch der Bub ihn ganz als seinesgleichen empfand und nach wenigen Minuten jedes Distanzgefühl verlor. Er war nur selig von Glück, hier, in diesem einsamen Ort, plötzlich einen Freund gefunden zu haben, und welchen Freund. Vergessen waren sie alle in Wien, die kleinen Jungen mit ihren dünnen Stimmen, ihrem unerfahrenen Geschwätz, wie weggeschwemmt waren ihre Bilder von dieser einen neuen Stunde. Seine ganze schwärmerische Leidenschaft gehörte jetzt diesem Neuen, seinem großen Freunde, und sein Herz dehnte sich vor Stolz, als diese ihn jetzt zum Abschied nochmals einlud, morgen vormittags wiederzukommen, und der neue Freund ihm nun zuwinkte von der Ferne, ganz wie ein Bruder. Diese Minute war vielleicht die schönste seines Lebens. Es ist so leicht, Kinder zu betrügen. Der Baron lächelte dem Davonstürmenden nach. Der Vermittler war nun gewonnen. Der Bub würde jetzt, das wusste er, seine Mutter mit Erzählungen bis zur Schöpfung quälen, jedes einzelne Wort wiederholen, und dabei erinnerte er sich mit Vergnügen, wie geschickte einige Komplimente an ihre Adresse eingeflochten, wie er immer nur von Edgars schöner Mama gesprochen hatte. Es war ausgemachte Sache für ihn, dass der mittelsame Knabe nicht früher ruhen würde, ehe er seine Mama und ihn zusammengeführt hätte. Er selbst brauchte nun keinen Finger zu rühren, um die Distanz zwischen sich und der schönen Unbekannten zu verringern, konnte nun ruhig träumen und die Landschaft überschauen, denn er wusste, ein paar heiße Kinderhände bauten ihm die Brücke zu ihrem Herzen. Ende von Kapitel 2 Aufgenommen von Juli Niedermeyer Aufgenommen von Juli Niedermeyer Aufgenommen von Juli Niedermeyer Aufgenommen von Juli Niedermeyer Und er���el